Musik 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 Jo meine Kartoffel Freunde. Es hat erstmal hier so gebrannt. Okay, gut. Wir sind letztes Mal hier bei dem Haus von Domse gewesen und räumen das jetzt aus. Also es müsste das von Domse sein, weil die Richtung passt, ja. Die Richtung passt auf jeden Fall. Oh, heiner, oder? Ich geh mal hier außen rum. Ja, geh mal rein. Ich finde dafür, einer geht rein, einer guckt rum. Wir sind nicht drin. Ich bin dir sicher. Zieh deine Waffen, Bruder. Die haben ein komplettes Feld geleert, als sie weggegangen sind. Hast du die Tür oben zu gemacht? Nee. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Wups. Mh! Man, man vergisst es. Wir vergessen das jedes Mal. Die haben einen Tunnel gebaut. Okay. Komm mit. Komm her. Ja, bin da. Und ich brauche was zu essen. Ohne Essen kann ich nicht kämpfen. Ja, übel. Ich habe nur noch drei Hungerspikes. Hast du irgendwas zu essen? Ja. Ja. Rotten Flash, aber ich brauche es auch. Ich habe nur noch zweieinhalb. Was haben die sich denn bitte für einen Tunnel gebaut? Vor allem, ist das nicht Strip Mining? Nee. Dafür sind sie... Die haben sich hier rausgebaut. Vielleicht haben sie Besuch gekriegt, keine Ahnung. Da ist ein Boot. Fuck, Alter. Sneak mal bitte. Ja, ich bin. Achso, lol. Du hast gerade voll gelegt. Du standst gerade die ganze Zeit da irgendwo. Fuck, ich glaube, das wird jetzt gleich einen Kampf geben. Hier, siehst du das Boot da? Mhm. Das Ding ist, in der Basis war nichts. Wir hätten... Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zurücklaufen und... Willst du die Box suchen? Ja, ich wollte gerade sagen, lass die Box suchen. Okay. Gehen wir durch den Tunnel zurück? Weiß nicht, bringt das was? Ja, komm. Lauf, schnell. Ich hab Angst, dass die zurückkommen. Ohne Scheiß. Vielleicht finden... Vielleicht haben die auch noch nicht alle Diamanten verarbeitet oder so. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Fuck. Also sie darf ja nur im Umkreis von 20 Blöcken sein, gell? Ja, Mann. Okay, warte, wir machen das so. Ich mach jetzt zwei Steinschaufeln. Und, ähm... Achso, okay, gut. Du guckst hier drin, ich guck draußen. Ja, dann muss ich ja das Holz abbauen. Nein, da drin ist alles voller Sand. Wo denn? Du meinst, da wo das fällt ist, oder? Nee. Ich mach das so, ich grab mich unterirdisch da durch, damit ich nicht direkt auffalle. So und so. Zack, zack. Das ist auf jeden Fall ihre Waffenbox. Hast du sie gefunden? Sie ist hier hinter dem, hinter dem Dreck? Ja. Ich baue die ab, oder? Ja, baue sie ab, nimm sie mit. Okay. Ich bastel mich hier, ich baue mich hier so ein bisschen durch. Unterirdisch. Ich braue mir ein bisschen was aus. Ja, ich baue das ganze Haus ab. Nein. Nur die... Nur das Holz innen drin. Äh, oder den... Hier, das ist das Außenrum halt, ja? Ja. Ich will die Box finden. Ihre Geheime? Ja, Mann. Okay, hier ist nichts mehr. Soll ich sie einfach offen lassen, oder wieder zubauen? Ich weiß nicht. Ob das einen Unterschied macht, ob sie uns gesehen haben, oder so. Dann hast du noch was. Gucken wir das mal an. Okay, hier ist ihr Bett. Soll ich das auch noch abbauen? Ja, nimm mit. Alles klar, habe ich. Sneak dabei, bitte. Wenn wir zurückkommen, sind wir am Arsch. Ich kann nicht sprinten, ich habe nichts mehr. Ich kann auch sprinten. Mit vier kann man noch, gell? Ja. Okay. Äh, ich baue noch den Stein hier so ab. Okay. Cubblestone brauchst du nicht abbauen. Nicht? Den hätten sie brennen müssen, ne. Ich habe den Enchanting Table gefunden. Nimm ihn mit. Ich habe ihn mit, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja! Okay, sollen wir uns einfach verpissen? Ja, gleich, gleich, gleich. Hilf mir doch kurz, das alles wegzubauen hier. Ja, warte, habe ich eine Axt, habe ich eine Axt? Ja, da habe ich eine. Okay. Shit, shit, shit. Wenn sie hier die Kiste haben, ne? Wir haben unsere auch weiter weg gemacht, weißt du? Ja, ich weiß, aber wenn die die Kiste wirklich... Okay, hier ist nichts. Ich gucke, ob ich irgendwelche Namen sehe. Okay. Komplett auseinandergenommen, die Basis, komm. Weg, 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 weg. Wir müssen nach Hause. Okay, los. Oh, ich kann nicht sprinten, ne? Ja, das ist auch das Skelett. Oh. Ja, das ist auch seit des World Border, renn einfach weg. Warte, ich nehme noch, lass mal ein paar Bäume auseinandernehmen. Warum? Vielleicht kommt dann Apfel raus. Wir müssen uns Weizen anbauen. Ich versuche Seeds mitzunehmen und dann können wir unterirdisch noch anpflanzen, ne? Ach nee, wir haben noch eine Basis im Himmel. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Wo bist du hin? Hier, ein bisschen weiter gelaufen. Hier. Ich sehe dich, sehe dich, sehe dich. Wir haben eine Enchanting Table ohne... Wir gewinnen das Ding ohne Diamanten, Dinger. Hast du die Waffenboxen alle? Äh, ich habe nur eine gefunden. Dann haben die bestimmt auch nur eine gebraucht bis jetzt. Ich habe fünf Seeds bis jetzt. Ich weiß es nicht. Aber ist ja scheißegal. Jetzt müssen die alles nochmal machen. Ja, die haben keine Diamanten mehr. Die können nicht mehr Diamanten haben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die noch welche gefunden haben. Keine Ahnung. Vielleicht hatten sie noch in ihrer geheimen Box, aber die jetzt noch zu suchen, das hätte zu lange gedauert. Ja, dafür haben wir zu wenig Essen. Hätten wir mehr Essen, würde ich das alles machen. Nimm halt immer so ein bisschen Gras mit, weil da kommt Seeds raus. So, ich habe bis jetzt acht. Lass mal so 15 bis 20 Stück brauchen wir. Ich habe neun. Ich habe drei. Einen Apfel aus den Bäumen. Und wir kriegen nichts. Ist ja dann auch egal, mit was ich das abbau, gell? Ja, mit der Hand würde ich einfach machen. Achso, ja klar. Mann, bin ich blöd. Äh, warte, da muss ich kurz. Ja, komm mit. Komm mit. Ich bin jetzt schon hier oben, ne? Du siehst mich? Ja, gut. Ja, ja, ja. Ich habe nur noch einen Hungerspalten. Ich habe zweieinhalb noch. Mach schon. Mach nichts. Brudi. Pass doch mal ein bisschen auf. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Romer, oder? Wir gehen jetzt direkt nach Hause. Das Ding ist, ich habe Angst, dass die bei uns sind. Das könnte natürlich auch sein. Und dann sind wir halt... Da ist einer! Da ist einer! Sneak! 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 Da sind sie! Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, 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 scheiße! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hier ran, an, 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 an. Wir haben nichts zu essen. Fuck. Komm mit hier rein. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich auch nicht. Das ist unser erster Tod, glaube ich. Nein, 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 nein. Das schaffen wir, das schaffen wir, Brudi. Brudi, ich glaube an uns. Ohne Essen und Regeneration wird das nichts. Da kommen sie, sie kommen, sie kommen. Sie kommen von rechts, sie kommen von rechts. Sie kommen. Runter, runter, runter. Wir müssen runter. Spring! Nicht springen. Nein, komm mit, komm mit hier, an, an, an. Spring gar nicht, aber wir gehen einfach weg. Ja, wir gehen auf der anderen Seite wieder raus. Scheiße. Sie sind oben, sie sind oben, sie kommen von oben. Oh, fuck. Oh, Gott. Ich bin tot, mit der Bazooka. Nein. Wir hatten alles von denen. Nein, 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 ich bin auch gleich tot. Ein Herz. Nein. Fuck. Scheiße. Wir hatten nichts mehr zu essen. Ja. Wir haben alles von denen gehabt. Alles. Bist du am Spawn? Respawn, respawn, respawn. Jo, bin da. Du hast mich angeschossen einmal, übrigens. Ich weiß, sorry. Hier, komm, komm her. Ja, ich bin da. Oh, scheiße. Zum Glück haben wir den Rest alles noch in der Base. Gott sei Dank, aber wir haben zwei Leben verloren. Ja, Mann. Wir müssen jetzt schnell zur Base. Ich wusste, die werden uns entgegenkommen. Die kamen von unserer Base aus. Wenn die, die nicht auseinandergenommen haben. Ja, ihr Zeug haben sie jetzt wieder. Die werden sich jetzt wahrscheinlich auch denken. Oh, Gott sei Dank haben wir die erwischt. Ja, scheiße. Oh, fuck it. Ficken. Das ist scheiße, ja. Da ist ein Schwein. Da sind zwei Schweine. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt finden wir was, Alter. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der ist nicht normal. Das ist eine Scheiße. Oh, ich mach mir schnell den Steinschwert. Oh, nein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hätte nicht nachladen müssen. Wer weiß, aber... Oh, scheiße. So eine Kacke, Mann. Oh, fuck. Vielleicht hätten wir das Boot nehmen müssen. Hast du alle Schweine getötet? Nee, da oben ist noch eins. Nimm mal die Crafting Box mit. Jo, hab sie. Okay, komm mit nach Hause. Ach, du Scheiße, Mann. Einfach zwei Leben weg. Ja. Mann, jetzt geht doch den Scheiß. Fuck. Dreckiger Noob. Ich kann schon wieder nicht sprinten, aber ich will nichts von dem Fleisch verbrauchen, weißt du? Naja, wir beraten das ja gleich. Die werden jetzt wahrscheinlich... Oder sie sind so asozial und campen unsere Base. Obwohl es... Kann es vielleicht sein, dass die Sachen durch die Explosion kaputt gegangen sind von denen. Wenn wir wirklich mit dem Enchantment Table nach Hause gekommen wären, ne? Das wäre episch gewesen. Nimm nochmal hier ein paar Seeds mit und so. Davon hatten wir... Das fuckt mich gerade richtig ab, ne? Ja, ach was. Glaubst du mich nicht, oder was? Das Ding ist, die haben uns auch direkt gesehen. Ja. Wir hatten keine Chance. Scheißegal, wie gut oder schlecht wir in PvP sind. Das war einfach unschaffbar. Ja, einfach nur durch diesen Hunger. Nur durchs Essen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte, glaube ich, noch viereinhalb Leben oder so. Oder fünf. Ja, das Ding ist, ich konnte nicht sprinten. Ich konnte nicht raggen. Ich konnte gar nichts. Ich konnte noch kurz weg sprinten und dann war es sofort vorbei. Seit wann ist der Baum hier kaputt? Weiß ich nicht. Ist noch alles da hier oben. Na gut, da haben wir Glück gehabt. Ich hole Kohle. So eine Scheiße. Wir hatten alles, Alter. Alles. Eine Charging Table, ihre Waffenbox. Wenn sie nur eine hatten. Noch eine Scheiße. Was haben die eigentlich noch geschrieben? 1 A, GG. Ich habe 16 Fleisch. Wie viel hast du? Sechs. Ich packe schon mal. Mach 22. Ich habe es in den mittleren Ofen gepackt. Mh. Pfff. Ah. Digger. Weißt, viele denken jetzt bestimmt, hey, ist doch nur ein Spiel. Aber Alter. Das macht f... Ah. Was denn? Wir haben die komplette Base von denen auseinandergenommen. Ja, und das ist das, was halt so abfuckt, weißt du? Wir waren... Wir waren... Oh. Wir waren so weit. Ja. Wir waren auch auf so einem guten Weg gerade, weißt du? Ich mache uns zwei Kompasse, ne? Mit dem Eisen. Ach, Mann, ey. Das fuckt mich gerade richtig ab. Wir hatten deren Bett. Wir hatten hier deinen Kompass. Danke. Wir hatten deren Bett. Wir hatten alles. Irgendwo so ein bisschen hinter uns sind scheinbar welche. Wo sind welche? Sehe ich dich. Ach so, das ist die Dingens. Der zeigt zum Spawn. Ach so, okay. Ich dachte, der zeigt Gegner. Jetzt müssen wir wieder so viel Eisen farmen, Digger. Das ist richtig stürmen. Dann kam er mit der Panzerfaust, der Bastard. Weißt du? Ohne Scheiß. Haben die echt eine Panzerfaust gehabt? Ja, damit hat er mich doch getötet. Das Dingens Domse ist so dreist, ne? Er ist so dreist. Er fragt so vorher noch, ja, wer von euch, ganz ehrlich, wer von euch hat denn ne, ne Dingens, ne, ne Panzerfaust, so ganz ehrlich so. Als ob er so tut, als ob er nichts hätte. Ja, die Waffenboxen bringen uns ja jetzt nichts. Wir haben ja kein, nichts. Was, ich hab jetzt mal für ein Fleisch. Also die Waffenboxen, die baller ich nicht hin. Das bringt nichts, wenn wir die jetzt. Ne, wir bringen uns auch gar nichts. Pack die. Hättest du auch in der Kiste lassen können. Ne, ich hab jetzt alles mitgenommen. Wir müssen ein paar, ich mach ein paar Fackeln. Wir machen uns gleich unterirdisch in so ne Farm. Wir warten jetzt erstmal ab, bis das hier alles durchgezogen ist. Ich mach dir erstmal wieder ein bisschen Werkzeug. Ja, klatsch rüber, Digger. Ups, nicht auf den Ofen. Hm. Ich mach jetzt mal Steine. Das, das Eisen ist mir dafür zu schade gerade. Fuck it, fuck it. Der wird uns das gleich so unter die Nase reiben, ne? Ja, natürlich. Äh, ich brauch Stein, Stein, Bruchstein, danke. Wir haben ganz viel davon. Ja. Nicht auf den Ofen, Digger. Ah, ich mach jetzt Ups. Jo, voll geil. Ja. Jo, dann. Jetzt sind wir so voll unmotiviert, so scheiße. Fickt euch alle. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann. Tschüss. Ich will da nicht hoch, Digger. Tschüss. Tschüss. Musik. Musik. Musik.